Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Start-Time-Video von mir. Ich und Josefina machen heute ein Rennen bei Paulina. Und ja, dann geht's direkt los. Und ja, hoffe ihr findet ein paar Abkürzungen oder so, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Oder auch nichts. Dann fährt es halt noch nicht das Schnellste, das ist das Level 1. Und dann halt außenrum. Jetzt kommt schon mein Kleiner auf. Das war eine Abkürzung. Und hier die nächste. Oh nein, scheiß. Jetzt ist die erste. So, hiermit bedanken wir uns und hoffen, ihr gebt uns einen Daumen nach oben. Und ja, dann sagen wir Tschüss. Und ja, los geht's. Vielen Dank.